Hallöchen meine Freunde der Sonne! Wie ihr seht, wir sind in Going Medivor Early Access drin. Und zwar habe ich es geschafft, von den Entwicklern einen Vorabcode zu bekommen. Also ich habe ihn jetzt bekommen am 27.05. per E-Mail und habe es mir direkt installiert und will jetzt hier auch direkt loslegen. Ich bin schon total gespannt, wie das Spiel ist. Ich habe immer nur so ein paar Trailer und sowas gesehen. Scheint so in die Richtung Rimworld zu gehen, aber im Mittelalter eben. Also ich bin echt gespannt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es gerade erst gestartet und die Sprache eingestellt. Also man kann es offensichtlich auf Deutsch einstellen, was durchaus hilfreich ist. Erstmal ein paar Fakten zum Spiel. Also eben City Builder Early Access, irgendwie Standard bei mir. Simulationsspiel natürlich, ganz offensichtlich wohl. Es wird in Steam geben, in Epic Games Store und bei GOG. Unten solltet ihr auch ein paar Links finden. Da bekommt ihr 10% Rabatt. Einfach über die Links das Spiel holen und ihr kriegt einen kleinen Rabatt. Normalpreis wird sein 22,99 Euro. Ist denke ich auch noch voll in Ordnung. Und kommt raus am 1. Juni. Deswegen dachte ich, ich zeige euch jetzt einfach mal vorab ein bisschen was. Ich darf es erst frühestens morgen Nachmittag veröffentlichen. Nach britischer Zeit. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt Samstag, Sonntag, Montag. Also drei Tage hintereinander vor Release Day auf jeden Fall was. Also wenn jetzt drei Tage in Folge eine kleine Folge kommen. So, wer das Spiel jetzt noch nicht kennt. Ich werde jetzt hier gleich erstmal einen kurzen Trailer einspielen, den ich auch von den Publishern bekommen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. von den Publishern. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit diesem kleinen Trailer und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich habe das vorher auch noch nicht gespielt. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es funktioniert, ob wir gut durchkommen. Ich würde es erstmal bei Schwierigkeit normal lassen. Theoretisch habe ich ja mit Koloniesimulationsspielen ein bisschen Erfahrung. Ich probiere es einfach mal, wenn es gar nicht geht, dann sterben wir halt einfach weg und wir fangen von Born an. Das ist jetzt auch nicht so. Also, das wäre dann entsprechend Standard. Deine Siedlung wird von feindlichen Überfällen sowie von Umwelteinflüssen heimgesucht. Überfälle finden in regelmäßigen Abständen statt, deren Schwierigkeitsgrad passt sich an, während du Fortschritte machst. Das finde ich auch nicht schlecht. Bei friedlich wäre es entsprechend. Es finden keine feindlichen Angriffe statt. Wähle diesen Spielmodus, wenn du dich lieber auf den Bau deiner Siedlung und die Versorgung deiner Siedler konzentrieren möchtest. Also, das finde ich auch nicht schlecht, aber ich dachte, das passt schon. Wenn wir es mit feindlichen Überfällen machen, muss ich mich wahrscheinlich am Anfang auch dran gewöhnen, aber das ist wohl irgendwie normal. Überleben, schwere Schwierigkeitsstufe wäre dann eben. Feindliche Überfälle kommen in diesem Modus häufig vor und ihre Schwierigkeit nimmt in der Zeit zu. Also, grundsätzlich nimmt sie zu, nicht angepasst an Fortschritte oder ähnliches. Also probieren wir es mal mit Standard. Schauen wir mal, wie es wird. Oh. Stadtbedingungen. Ein neues Leben. Jeder Siedler hat eine vergangene Geschichte, die er weit hinter sich gelassen hat, aber jetzt hat diese zerlumpte Gruppe ein gemeinsames Ziel, zusammen eine neue Heimat aufzubauen. Empfohlenes Szenario für Spieler, die zum ersten Mal spielen. Werden wir wahrscheinlich auch nehmen. Wenn das schon empfohlen wird, dann können wir das durchaus mal durchspielen. Saison startet im Frühling. Wir haben ein paar Ressourcen. Verpackte Mahlzeiten, Holz, Heu, Kohl, Chronik. Okay. Leinenstoff, einfaches Heilpaket, mechanische Komponenten. Das ist toll. Und Bier. Ja, oh Mensch. Wasser. Scheiß auf Wasser. Hauptsache wir haben Bier. Sauerefüllen. Morgens, Mittags, Abends, wir waren sauf. Okay. Ausrüstung. Wir haben ein Holzspeer, ein Kurzschwert aus Stahl, Kurzbogen, Langbogen, Holzbockler. Okay. Leinen. Okay. Alles klar. Siedlereinschränkungen. Wir haben drei Siedler zu Beginn. Alter zwischen 23 und 55 Jahre. Sind zwischen 1,50 und 1,90. Wiegen zwischen 50 und 100 Jahre. Also quasi alles. 50-50. Ja. Da bin ich gespannt, wie die das machen. Bei drei Leuten 50-50. Das ist ja. 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 Ähm. Ja. Absolut. Ja. Okay. 50-50 bei drei Leuten. Na, alles klar. Ich würde die anderen Sachen auch nochmal durchlesen. Einfach. Einsamer Wolf. Konnte ich mir schon denken, dass man mit einem Siedler startet. Dieser Siedler startet allein mit spärlichen Mitteln unter härtesten Bedingungen. Man startet sogar im Winter. Ja. Genau. Okay. Man hat kaum was. Nicht mal was. Nicht mal Bier. Das ist denn ein Scheiß hier. Ähm. Ja. Okay. Man hat zwar auch ausgezeichnete Ausrüstung. Also was mit dabei. Solide. Ja. Okay. Ähm. Ja. Ja. Das ist vielleicht was für eine Challenge. Und hier kann man ein eigenes Starten. Irgendwas erfinden quasi. Und hier Bedingungen einfügen. Ich denke, wir nehmen einfach dieses Ein neues Leben. Äh. Ich finde es aber cool, dass man eben auch eigene Startbedingungen sich auswählen kann quasi. Aber ich denke, wir nehmen jetzt dieses vorgefertigte hier empfohlenes Szenario für Spieler, die zum ersten Mal spielen. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. So. Siedlungsname. Ich schau mal, was der, äh, Random-Modus uns hier so hergibt. Doveland. Sapeham. Aha. Wollen. Ach. Das klingt alles ein bisschen. Wackalay. Horsepool. Mhm. Find dort. Ja. Okay. Epping. Die. 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 Wenn es nur aussprichst, dann ist es, ja, stirbleben. Aber, ja, okay, wird ja anders geschrieben. Nettleworth. Skipsi. Arnestburn. Horwich. Das klingt ganz cool. Horwich. Ich würde das sonst nehmen. Und ich würde hier, das möchte ich gern selbst machen. So, Hintergrundfarbe schwarz. Das finde ich gut. So, Muster. Was nehmen wir denn für ein Muster? Ähm. Ja, ich bin ja, aha. Warte mal. Ich will mir dieses Symbol mal ganz kurz entfernen. Das ist so ein bisschen, äh, nervig. So, Muster nochmal. Das hat natürlich was. Aber da kann man natürlich dann halt auch hier nichts. Ich würde es sonst so zweigeteilt nehmen. Also, ich nehme nicht gelb. Ich nehme was anderes. Ähm. Farbe hätte ich dann ganz gern. Grün. Das ist einfach meine Lieblingsfarbe. Oder Türkis. Aber hier gibt es auch noch andere Grüntöne. Oh, ja. Oh, die sind auch geil. Mhm. Ich würde das hier vielleicht einfach nehmen. So, Symbol. Haben wir denn hier was Schönes dabei? Ähm. Ein Arm. Das sieht ja auch entsprechend bescheuert aus. Ähm. Ist hier irgendwas Cooles? Was ist das zur Hölle? Also, der hat was. Das finde ich ganz cool. Aber die Farbe ist grau. Die passt ja überhaupt nicht. Weiß könnte man natürlich nehmen. Grau. Das Grau hat natürlich was. Das ist auf dem Schwarzen relativ schwer zu hören. Und dann so. Ja, das hat was. Was hat denn Symbol B? Kann man hier irgendwas noch dazu nehmen? Nein. Oh, okay. Ich sag's nicht. Ich sag's. Oh, lustig. Man kann hier sogar die Foxy Voxel. Das sind die, äh, Developer. Kann man hier draufpacken. Okay, das ist lustig. Das ist echt lustig. Aber ich find das eigentlich ganz cool. Ich würd das einfach so nehmen. Das sieht gut aus. Ich find das gut. Kartentyp. Tal, Berghang, Berg. Oh, Berghang ist natürlich irgendwie cool. Also, ich guck mal bei Berg. Reichlich Kalkstein, Gold, Eisen und Silber. Geringer Anteil an fruchtbarem Boden, Lehm und Vegetation. Das ist nicht so gut. Berghang, unebenes Terrain, geeignet für eine gute Verteidigungsposition, eine angemessene Menge an Kalkstein und Lehm, ein moderater Anteil an fruchtbarem Boden und Vegetation. Ähm, das wäre ja ein guter, ein guter Mischmasch. Also, das ist alles irgendwie angemessen. Unebenes Terrain, geeignet für eine gute Verteidigungsposition. Ja, ich nehme, glaube ich, den Berghang. Also, ich nehme den einfach Standardgröße. Okay, kann ich jetzt nicht viel ändern. Standardwert, ich lasse den jetzt einfach mal. Ich muss da jetzt nicht großartig was verändern, finde ich. Nehmen wir jetzt einfach das Erste, was die hier ausgewählt haben und dann passt das schon. So, Horwich. Ja, das klingt doch... Ach, kann ich das hier noch... Nee, okay, das kann ich nicht. Horwich. Ich kann mir Horwich ja mal merken. Ich guck mal, ob vielleicht noch was viel Besseres kommt. Stroud, Aldrich, Easingworld, Walcott. Oh, der... Ah, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ihr könnt denn das, weil da ja ein Wolf drauf ist, Wolfcott nennen. Wolfcott? Ich finde das gut, Wolfcott. Ich finde das... Ich nehme das jetzt einfach. Vielleicht kann man es ja später noch abändern. Dann könnt ihr mir das natürlich gerne einwerfen. So, äh, es klingt scheiße. Macht einfach was anderes. Margaret Bolum. Margaret. Oh, die ist gut im Bauen. Die Gude. Bergbau nicht so. Botanik ist auch nicht ihr Ding. Sie ist auch nicht die Schlauste, aber kann zumindest bauen. Also so bauen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Schmieden ist ja auch nicht so schlecht drin. Kochkunst ist okay. Nahkampf. Umgang mit Tieren. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Glaubenslose Weidmännern. Ach, du Scheiße. Was ist das denn? Margaret war Platzhirsch. Rudelführerin. Sie kümmerte sich um die Hunde. Und im Gegenzug waren diese Hunde äußerst loyal. Obwohl ohne hohen Rang, forderte Margaret Respekt. Hunde können wild sein, wenn man sie miteinander kreuzt. Nachdem die Plage vorüber war, flehte der Priester Margaret an, die Kirche von Bretting Bay trotz der schlechten Jahreszeit zu reparieren. Sie sah betrübt zu, wie die Gemeinde allmählich da hinschwand. Niesend, als sie gemeinsam das Brot brachen und ihre Brüder begruben. Gott ist tot, dachte Margaret. Oh, die ist, wow, die ist sehr deprimiert. Aber sie ist ganz cool drauf. Sie ist ein sympathischer. Sie ist ein Vielfraß. Fröstelt und streitsüchtig. Ach, du Kacke. Die finde ich jetzt aber nicht so cool. Nee, also Margaret, die kann zwar gut bauen. Aber das finde ich jetzt, nee, das finde ich jetzt nicht. Wir gucken mal, wen haben wir denn noch? Ach so, da konnte ich jetzt nur den Namen abändern, oder wie? Na gut, jetzt heißt sie halt Elvina. Ich dachte, ich kann, ah, okay, jetzt habe ich da was anderes. Ich gucke mal, dass wir, weil die anderen beiden sind, oh, im Bauen ganz schlecht. Wir brauchen jemanden, der gut bauen kann. Ich mache das jetzt mal so lange, bis da einer ist, der gut im Bauen ist. Was bist du denn? Durchnässt, heißblütig und robust. Süß. Aha, Bau 9 wäre ja auch Gnora Charmin. Das klingt nach einer Beleidigung. Schlaue Schmiedin. Was hast du denn? Kränklich, sonnenhungrig und 40 Nickerchen? Nee, die will ich auch nicht haben. Ich brauche, ja, guck mal, die. Miss, äh, Miss, äh, Misshire Hulse. Vielleicht kriegt sie eine Mabel. Mabel kann ich besser. Sowas ist, du bist unmöglich. Waghalsige Baumeisterin. Sie ist unmöglich. Für einige waren Tricks und Dummheiten ein Spaß zur Mittewinterzeit. Aber Mabel machte das ganze Jahr über gerne Scherze. Und gefällig. Alle liebten Mabel. Die Schüchtern und die Kühen. Ritter, Kinder, Jung und Alt. Sie war schön anzusehen. Sie war? Ist das jetzt hässlich oder wie? Okay, also es wäre schon cool, jemanden zu haben, der gut bauen kann. Ich glaube, mit diesen Eigenschaften komme ich noch eher klar als mit dem vorherigen. Waghalsige Baumeisterin. Mabel liebte es sich, in ein komplexes Projekt zu vertiefen. Sie verbrachte viele Jahre damit, Europa auf der Suche nach Unterweisung zu durchqueren. Mabel verstand es, Schwerkraft überwindende Strukturen aus Stein und Eisen zu schaffen. Gelehrt von den namenlosen, genialen, kathedralen Bauern. Das klingt so dramatisch alles. Nachdem die Apokalypse vorüber war, wagte Mabel sich mit einer Gruppe von Kameraden und einigen Kerzenstummeln in die verlassenen Mienen. Man brauchte nur eine Spitzhacke. Jeder Dummkopf kann das, nahm Mabel an. Und abgesehen von dem tödlichen Steinschlag über den Überschwemmungen, wie hielt Mabel recht? Ach ja, Mensch. Das ist eine ganz sympathische. Okay, also du... Ah, guck mal, die ist sogar schlau. Ja? Ich würde die einfach mal nehmen. Die finde ich schon mal gut. Dann gucken wir jetzt mal bei Clarita Hlert. Clarita. Oh, Clarita ist eine Botanikerin. Mmh. Gut. Das finde ich nicht schlecht. Was bist du denn? Du bist dumm. Na toll. Du bist entstellt und du bist kränklich. Das finde ich jetzt schon wieder kacke. Okay, wir bräuchten jetzt... Wir gucken jetzt mal auf Botanik. Weil ich glaube, das war bei Mabel... Nee, das war bei Mabel ganz schrecklich. Okay. Bei der... Okay. Gucken wir mal. Botanik, dass wir dann einen hohen Wert haben. Bam, 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 bam. Vielleicht einer, der nicht komplett dämlich ist. Das wäre... Das wäre... Oh. Sehr leidenschaftlich in der Kochkunst. Aha. Was bist du? Robust. Schlafsüchtig. Ja. Ja, ist okay. Hintergrund. Gerissener Gerber. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht immer vorlesen, oder? Ich habe das ja jetzt immer mal kurz ein bisschen angezeigt. Also wenn ihr euch das unbedingt durchlesen wollt, dann könnt ihr das einfach pausieren und durchlesen. Der Geist von Kinker... Dine on Forth. Ah ja. Achso, okay. Das ist so ein gruseliger Typ, der in irgendwelchen Ecken rumsteht. Birchard gibt es ja Colin. Colin ist doch Colin Cardinal. Das klingt doch... Das klingt super. So. Gruppenfertigkeiten. Aha. Gruppenfertigkeiten, ja. Wir brauchen noch Medizin. Medizin sind wir gerade ein bisschen schlecht aufgestellt vielleicht. Ich schaue mal nach Medizin. Acht. Acht und leidenschaftlich. Kochkunst. Das bringt mir auch alles nichts. Intellekt. Medizin. Was? Mal gucken. Heißblütig. Hedonistische. Ohne ein bisschen Aufregung wird Licia schnell langweilig und sie fängt an Ärger zu machen. Toll. Das klingt nicht so gut. Medizin. Sag mal, irgendwie würde da keiner Medizin machen, habe ich das Gefühl. Seid ihr alle zu blöd dazu? Levina. Levina. Blutgier. Das finde ich jetzt auch eher ungünstig. Was ist denn mit ihm hier? Das sieht auch nicht so... Redekunst, Schneidern, Umgang mit Tieren. Ja. Also scheinbar sind wir so relativ schlau. Aber der Rest ist beschissen. Das hier, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Der kann auch kochen, das ist ja jetzt nicht schlecht. Wenn zwei kochen können, Medizin ist okay. Meisterschütze ist schon mal nicht schlecht. Also zumindest leidenschaftlich. Nahkampf, Umgang mit Tieren, dann ist das vielleicht okay. Dann sind wir ja im Schmieden echt schlecht. Aber kriegen ja dann vielleicht dann noch neue. 40 Nickerchen. Achso, die muss oft schlafen. Und lustlos. So. Könnt ihr nicht ordentliche Eigenschaften haben? Acton. Acton, das finde ich nicht. Theotik. Dermot. Icon. Dudley. Dudley klingt nach so einem Säufer. Nein, also ich möchte jetzt niemanden beleidigen, der Dudley heißt. Ich nehme den einfach mal, weil ich es, glaube ich, ganz lustig finde. Der ist zart und säufer. Ach, ihr wollt mich doch alle ein bisschen verarschen, oder? Loyaler Metzger. Na super. Das ist ein total loyaler Metzger, der Gude. Ich nehme die drei jetzt. Mabel, Colin und Dudley. Hey, die klingen doch super. Siedler. So, Standard, normal. Genau, das ist ja alles Tutorial-Tipps einblenden, lasse ich mal an. Wow, Gott. Ach, ich finde, das klingt irgendwie gut. So, hier sieht man also nochmal eine Zusammenfassung, was man jetzt alles so ausgewählt hat. Und dann würde ich sagen, wir beginnen. Die Folge schon fast rum, weil ich so viel labere. Ein neues Leben. Die Pest hatte auf den britischen Inseln gewütet und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Unzählige Millionen starben vorzeitig und die Überlebenden stürzten in die Armut, brutal gezeichnet von den Schrecken, die sie miterlebt hatten. Nichts würde mehr so sein wie zuvor. Beim Rückzug der Kälte und der Ankündigung des Frühlings des Jahres 1353 machten sich Mabel, Colin und Dudley auf dem Weg in die Wildnis, um ein Stück des Landes als ihr eigenes zu beanspruchen. Wie es ihnen in den Augen Gottes und laut Gesetz zustand. Hier können sie den Grundstein für eine Art von Zukunft legen. Vielleicht entsteht daraus Hoffnung. Das klingt alles so aus der Bibel rausgezogen. Gutes Land ist da, um in Besitz genommen zu werden. In allen vier Ecken dieses einst mächtigen Landes bauen die Bewohner wieder auf, in der Hoffnung, dass die Schrecken der letzten Jahre hinter sich gelassen werden können. Es ist möglich, dass es Kämpfe, Dürre, Krankheit, Hunger geben wird. Aber was soll's? Das Leben geht weiter und wir müssen nach vorn blicken, sagt Colin. Ach, cool. Die Gefährten wanderten durch eine Landschaft mit sanften Hügeln und alten, zerfallenen Festungen. Jeder Aufstieg belohnte Dudley mit einer Aussicht, die sich über viele Meilen erstreckte. Keine feindliche Annäherung würde ungesehen bleiben, dachte er. Sie errichteten ein Lager, das mit der Zeit zur Siedlung Wolfgott werden sollte. Ach, klingt das nicht toll. Gut. Willkommen bei Going Medieval. Bitte bedenke, dass sich das Spiel in einer intensiven Entwicklungsphase befindet. Das bedeutet, dass es einige Fehler und unverendete Systeme haben wird. Du kannst den Almanach für Hilfe und Tutorials konsultieren. Alles klärchen. Ja gut, ist Early Access. Aber das ist euch ja hier auf meinem Kanal sowieso schon geläufig. Kamerasteuerung. Ja, okay, das konnte ich mir schon fast denken. Zu neigen und zu drehen. Alles klärchen. Ausgangsposition. Ja, okay. Ich glaube, das muss man sich jetzt nicht so Standardsteuerung. Weltebenen. Du kannst zwischen Ebenen und Gebäude Etagen wechseln. Ach, cool. Okay. Verwende die Buttons für Ebenen nach oben oder unten in der linken oberen Ecke. Okay, das geht da. Oder verwendet Z und X. Ach ja, Z und X. Okay, das ergibt sogar Sinn. Vielleicht ist es hier auch Y. Müssen wir dann mal gucken, weil bei der englischen Tastatur ist das Z mit dem Y unter anderem vertauscht. Verwende Steuerung im Mausrad, um die Ebenen schnell durchzugehen. Verwende Steuerung. Okay. Okay, Tipp. Dies ist nützlich für die Gestaltung von mehrstöckigen Gebäuden. Das können wir ja im Hinterkopf behalten. Spieltemposteuerung. Du kannst die Zeit beschleunigen. Klicke auf die Tempotasten oder benutze 1, 2, 3. Mit der Lernstaste hält das Spiel an. Also, okay, Standardsteuerung. Bisher ist es wirklich Standardsteuerung. Alles klärchen. Okay, weiter geht nicht. So, können wir erst mal Pause machen. Okay, Steuerung ist soweit auch. Ja. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Ähm. Ja, gucken mal. Oh, nee. Nee, okay. Y ist Tutorial Tätigkeiten scheinbar. Oder Tätigkeiten an sich ist Y. Also wirklich dann Z und X ist okay. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber egal. Im Tätigkeitenfenster kannst du die Priorität dessen, was jeder Siedler tun soll, ändern. Ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Also das finde ich gar nicht blöd. Von links nach rechts priorisiert. Kannst du die Prioritäten der Tätigkeit ändern, sodass ein bestimmter Siedler eine bestimmte Arbeit von anderen wählt. Tätigkeiten, die auf die gleiche Prioritätsstufe gesetzt wurden, werden von links nach rechts. Okay. Nie ausführen wird. Okay. Also man kann doch wirklich sagen, der soll einzig und allein fürs Kochen zuständig sein oder so. So scheint es mir zumindest. Wenn die Tätigkeiten in Kästchen leer sind. Mit der höchsten Priorität, die sie finden können. Wenn eine bestimmte Tätigkeit nicht auf die Prioritätenliste von jemandem steht, wird diese Arbeit nie erledigt. Genau. Okay, sag ich ja schon mal. Also überall steht jetzt erstmal drei. Behandeln. Mhm. Ja, okay. Das können wir dann später machen. Okay, wir haben jetzt hier noch nicht wirklich... Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Ebene wir hier... Aha, okay. Ja, okay. Können Sie mal auf dieser Ebene belassen. Dann sind wir hier auf der quasi. Okay. Okay, okay. Alles klar. Untätig, untätig, untätig. Gessourcen können nirgendwo gelagert werden. Standardlageplatz. Ach, gucke. Was wollen wir denn? Standardlageplatz. Wo packen wir den denn am besten hin? Ich hätte fast gesagt, wir packen den vielleicht hier. Einfach neben dieses Dings hier. Neben dieses Stück Fels. So, machen wir gleich mal ein bisschen länger, hätte ich gesagt. Was haben wir hier? Abfall. Das Abfall hätte ich einfach ein Stück weiter weggetan. Damit der hier uns nicht... Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob die dann sagen, es stinkt. Deswegen packen wir den mal dorthin. Und was ist denn der Kriegsführungslagerplatz? Den kann eigentlich jeder nehmen. So, kann ich ein bisschen schmaler machen. Alles klar. Ich würde es einfach mal ganz kurz weiterlaufen lassen. Und dann hätte ich... Okay, ich gucke mal eben was. Jagen, kochen, anfertigen, Transport. Kopieren, einfügen. Aha. Kann ich jetzt sagen, das hier... So, dahin. Nee, das funktioniert so nicht okay. Ja, okay, nee, das war jetzt ein bisschen blöd. Das hier. Erlauben. Ja, okay, ihr dürft das anfassen. Wie auch immer. Tätigkeiten. Ja, das hatten wir ja schon. Behandeln. Womit macht... Ich mach das nur... Ach so, Priorität niedrig. Okay, ich mach mal das Behandeln bei dem auf Priorität 1. Weil der ja sagt, der ist ja hier... Wuhu... Voll gut drauf. So, das mach ich auch mal auf... Ich mach das hier mal auf 2 und das auf 1. Ähm, das mal hier auf 2. Ich will zumindest erst mal... So, der kann... Der kann ja schon jagen gehen. Das kann der ja gerne machen. Und tätig. Bauen. Bauen packe ich mal bei dir auf die 2. Das müssen wir gleich erst mal... Das müssen wir dann erst mal machen. Ähm, wenn wir hier... So, was ist denn? Ernten. Ach so, hier kann ich zum Beispiel sagen... Tun wir was. Zwar fällen. Mach das hier mal weg. Und dann gucken wir einmal in die Tätigkeiten. Bau, Anpflanzen, Ernten, Bergbau... Ja, Ernten. Ich weiß jetzt nicht... Wer war jetzt hier? Botanik. War Colin. Dann mach ich mal das Ernten bei dem... Etwas höher. Auf 1. Ich mach's mal auf 1. So, ich guck mal. Ach, guck. Also ich hör grad keine Musik. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich sollte Musik laufen. Aber gerade ist irgendwie keiner. Okay, lassen wir hier zumindest mal... Der erste Bäumchen pflanzen. So, ich sag mal... Ähm... Haubebau da hintragen. Falsch ausgeführte Pflanzenernte. Ups. Ups. Upsi dupsi. So. Da soll... Ne, Kriegsführung soll da nicht hin. Abfall soll da auch nicht hin. Und hier... Ne, da soll ja nur Kriegsführung. Und hier nur Abfall. Der Rest kann ja dann... Ich weiß jetzt nicht, ob die das da hintragen oder ob ich das dann machen muss. Verbieten und erlauben. Oh, okay. Ich würde sagen, wir gucken uns dieses eine Tutorial noch an und dann geht das richtige Spiel sozusagen in der nächsten Folge dann los. Ich lese mir das hier erstmal. Verbieten und erlauben. Siedler interagieren nicht mit Gegenständen, die als verboten markiert sind. Über verbotenen Gegenständen wird ein Verbotszeichen angezeigt. Du kannst verbotene Gegenstände erlauben, indem du den Erlaubenbefehl verwendest oder den Gegenstand auswählst und die Erlaubenaktion auswählst. Okay. Lagerplatz. Deine Siedler brauchen einen Ort, an dem sie Ressourcen lagern können. Du musst einen Bereich für den Lagerplatz bestimmen. Wähle den Standard-Lagerplatz im Bereichsfenster F3, links unten auf dem Bildschirm. Platziere Lagerplätze unter Dächern oder in Innenräumen, damit die Ressourcen langsam verrottet. Okay. Alles klar. Ich würde Ihnen aber sagen, wir machen das dann beim nächsten Mal. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel wird. Das war jetzt natürlich erstmal viel einstellen und rumgucken. Und in der nächsten Folge wird auch erstmal noch viel rumgucken. Aber so könnt ihr ja einen ersten Einblick in dieses Spiel gewinnen. Schreibt mir doch immer gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr es euch holen wollt. Und denkt dran, unten in der Beschreibung stehen die Links. Da kriegt ihr entsprechend etwas Rabatt. Und dann hoffe ich, seid ihr in der nächsten Folge morgen dann wahrscheinlich direkt mit dabei. Ich freue mich schon drauf. Und bis dann. Und dann sind dieückensa дос apro девacat. Und dann können wir es drei Wochenende anpassen. Und dann können wir uns über das línea und jetzt machen. Und dann können wir unsrhizly unterbauen.